Wie befälte ich mein Wasser zu Hause? Dazu haben wir einen Standfuß entwickelt, den man hier sehen kann und den man bequem hier in diese Halterung einfügt, der zum Beispiel dann eine Flasche, eine Karaffe hier hervorragend strukturiert. Oder genauso gut kann man dann hier diesen Standfuß verwenden, indem man zum Beispiel hier die Anzunde einfügt oder genauso gut kann man das Ganze hier einfügen und sieht, wie bequem hier dann dieses Wasser bzw. dieser Rohkost-Tee strukturiert werden kann. Und wer diesen Standfuß für sich zu Hause nutzen möchte, kann bequem bei uns über unsere Seite, über den dementsprechenden Link, hier diesen Standfuß bestellen. Weiteres Zubehör zum Tesla-Oszillator findet ihr logischerweise auch auf dieser Seite.